Arten von Kreisliga-Fußballern mit echten Spielszenen. Liken für Part 2 und schreibt weitere Arten in die Kommentare. Dein Ernst? Teig, dein Ernst? Weiter geht's mit 2 zu 0 für uns, ein langer Ball auf den Ammer. Der schaut jetzt nicht quer auf den Aldo. Freies Tor, wer kennt's nicht? In der nächsten Spielminute bekommen wir einen Freischuss. Floyd und Yankee stehen bereit. Floyd macht, schießt, trifft die Mauer. Der Ball kommt aber zurück zum Yankee. Und was macht der Yankee? Junge, was ist das für ein Tor? Was ein Strahl vorm Yankee hier mit seinem ersten Saisontor. Das kostet! Das kostet! Das kostet! Das kostet! Das kostet! Das kostet! Yas, der Gedan! Jetzt haben wir diese Aktion Freunde, Sebo kriegt den Ball in die Weichteile, der Ball wird quer gespielt und der Ball ist im Netz, dass man sieht was geht und was nicht und dann ist es die Szene aus dem Prieto, Tor oder kein Tor, was sagt ihr, es ist kein Tor, denn Schunkie bewirbt sich hier als Torwart auf der Linie, ja wunderbar gerettet, da schauen wir auch noch mal gerne in die Wiederholung drauf, also niemals aufgeben, auch wenn es 7-0 steht. Nein, was machst du da? Ausruhe, komm mal, ja. Kann man das nicht machen? Junge, er ist das Ding, wir haben ehren. Und his name is John Cena! Karek, Karek! Karek, 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 Karek. Karek, Karek! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020